Jetzt kommt er komplett. Jetzt müsste er komplett kommen. Nein, das sind zwei. Ein kleiner und ein großer. Guck mal schnell! Leute! Oh, sind die süß! Das sind zwei! Das sind zwei! Ja, guck mal hinten hin. Das sind zwei Stück! Hatten wir das nicht schon mal gehabt? Ja, hatten wir schon mal gehabt. Das sind gleich zwei Stück. Komm, wir gucken, bekommen wir mal. Okay. Geht euch schon mal voraus. Ich komme jetzt nach. Gut, das hätte ich jetzt einen gerochenen Fuß gehabt. Von Feinsten. Bleib hinter mir immer mal. Ich rutsche sonst weg. Der regnet alles nass gemacht. Scheiße! Ja, guck mal. Da beim Wald ist noch einer, so ein Schwacher. Der kann sich nicht komplett bilden. Weil da zu wenig Regen, Wasser oder Sonne. Aber sonst ist da hinten so ein... Über Fort Mittler schon wieder. Und der ist so... Wenn die Bäume nicht davor wären. Wenn die Bäume noch kalt gewesen wären, würde man besser erkennen. Das dingelt, ne? Der sieht aber aus. Na, der Regenbogen. Guck mal, wie klein der ist. Und das, ey, der bildet sich bei blauem Himmel. Bei blauem Himmel bildet er sich. Was ist der? Nein, doch eigentlich... Ja, eigentlich auch. In dem Sinne. Boah, er hätte mir fast den Fuß gebrochen. Nein, er hat mir fast den Fuß gebrochen. Das ist glatt hier auf dem Balkon. Das Wasser hat gegleitet. Hier, der rennt der da unten. Sammelt die Pfandflaschen. Der muss gucken. Der muss mal mit der Stadtbäsche untergehen. Auf der Bank saßen zwei Pfanddosen. Wir hätten die Pfanddosen mitnehmen müssen auf der Bank, ne? Zwei Stück saßen da. Das wäre Pfandflaschen-Geld gewesen. Vom Feinsten. Was heißen Rehbogen? Einhörner. Geld. Es gibt bald Geld. Kennt ihr das Sprichwort? Geld regiert die Welt. Warum regiert Geld die Welt? Weil die Leute sie sich miteinander sind. Und die Leute sind süchtig nach Geld. Geld. So wie ich und meine Schwester damals als Kinder. Ja. Faszinierend. Du warst so früh auch süchtig nach Geld als Kind, nicht wahr? Was? Nein, wir wurden ganz kurz gezogen. Ach, ich und meine Schwester nicht so. Demmaß, ne? Ne. Es gibt ja viele Leute, die sind süchtig nach Geld. Das sind ja meistens die Reiche, ne? Ja. Aber selbst die Reichen stören auch, dass sie wenig Kohle haben, hast du gesagt, ne? Was alles zu teuer geworden ist. Ja. Können aber froh sein, dass sie mal Geld haben, die Reichen. Boah. Der ist aber richtig klein. Ich hätte mir die Größe noch vorgestellt, aber egal. Was? Weißt du, das ist doch ein Witz? Das schimmelige Brot, was wir hatten. Da bin ich so kaputt gelacht. Ja, das tut mir aber auch so leid, dass es so kaputt war. Schimmelig. Schimmelbrot. ... Schimmelbrot ist immer in Not. Den 하겠습니다, Gott nicht. Schimmelbrot ist immer gut in Not. Hi, 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 hi. Schimmelbrot ist immer gut in Not. Schimmelbrot ist immer gut in Not. Der Timer kommt, der muss das Handy ausmachen. Ist aber auch nicht kalt draußen, ne? Ne. Ich bin am Öl, ohne Ende. Boah, wie du sagst, ey. Boah. Ne. Dann müssen wir den Öl ziehen. Die Hose in der Wäsche machen. Ich komme wieder mit meiner Suchen. Uff. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.